Guten Morgen! Da einerseits der Großteil meiner Freunde mit dem Gedanken spielte permanent auszuwandern und andererseits sehr häufig auch von mir die deutsche Regelwut kritisiert wird und wir zudem durch das Internet die vielen positiven Seiten anderer Länder und anderer Kulturen von uns immer wieder selektiv wahrnehmen, habe ich das Gefühl einfach mal ein Video zu machen, worum ich Deutschland gut finde und unser Land ein tolles Land ist. Aber wenn man darüber nachdenkt und man ist ja in vielen Gedanken gefangen und man diskutiert über Sachen die real existieren und es existiert real ein Deutschland und deswegen auch an dieser Stelle das Statement warum Deutschland ein tolles Land ist. Natürlich ist das Video einseitig, aber ich sehe das Video nicht losgelöst als Statement sondern als einen Teil meines Youtube Kanals, in dem ich auch vor allem kritische Statements bezüglich der deutschen Gesellschaft und des Landes verfasst habe. Also heute die andere Seite der Medaille, was ist wirklich toll an Deutschland. Wir sind ein Land der Denker und Menschen die Potenzial und auch den Willen haben dieses auch abzurufen und das wird durch unser Bildungssystem gefördert, so dass auch sozial benachteiligte Menschen sehr gute, nicht die gleichen, aber sehr gute Chancen haben aufgrund ihres Intellects die Dinge zu tun, die auch die Menschen tun können, die gut betuchter sind. Wie gesagt heute nur Positives, gerade bei dem Bildungssystem, weil mir jetzt schon spontan wieder einige aber sein, auch dass das Denken überpriorisiert wird in unserer Kultur, das ist Nährboden für reichlich Kritik, aber heute wirklich nur die Sachen die toll sind. Ich bin ja Sohn eines Bäckers und ich kenne kein Land auf der Erde was so leckeres Brot und vor allem in so vielen Facetten backt. Allerdings wird diese Backtradition zunehmend von industriellen Großbeckereien pervertiert die mit Aromen und Farben spielen um tatsächliche Qualitätskriterien zu kopieren. Ich habe zu den erschreckenden Inhaltsstoffen ja schon einmal ein Video gemacht oben in den Infokarten. Also wenn ihr das Geld habt kauft lieber beim kleinen Handwerksbäcker und nicht bei den Discountern. Das Backhandwerk in Deutschland ist wirklich richtig klasse und weltweit unerreicht trotz der negativen Entwicklung. Deutschland steht für Verlässlichkeit und für Qualität sowohl im Inland als auch im Ausland. Und das aus guten Grund so sehr Richtlinien und Normen nervig sein können, so stellen die bei der Produktion von Gütern einen hohen Standard sicher. Auch hier der Hinweis kauft deutsche Produkte insbesondere bei komplexen Geräten wenn ihr wirklich Qualität haben wollt. Und auch aufgrund des Zolls und der teilweise irrsinnigen Einführgebühren zahlt ihr manchmal sogar für schlechtere Qualität aus dem Ausland denselben oder sogar noch mehr. Bestes Beispiel ist ja immer der Vitamix, denn USA für 400€ weniger angeboten wird und hier dasselbe kostet wie der qualitativ sogar meiner Meinung nach hochwertigere und mit einem Edelstahl statt einem Plastikbehälter angebotene Harexco. Den Link zu diesem Test findet ihr auch oben in den Infokarten oder unten in der Infobox. Weiter geht's mit den positiven Dingen in Deutschland. Pünktlichkeit! Ich liebe Pünktlichkeit weil es ein Zeichen von Respekt ist und in Umfragen was Pünktlichkeit angeht rangieren die Deutschen ganz weit vorne. Auch wenn ich gerade in meinem Freundeskreis in ein statistisches Loch gefallen zu sein scheine, ist es de facto so dass in Deutschland wirklich die pünktlichsten Menschen leben. Die Möglichkeit auch in Deutschland dass man innerhalb des Deutschlands von den größten Bergen bis hin zum Meer alles im eigenen Land haben kann, das ist auch wunderbar in Deutschland. Klar wenn man nur eins der beiden mag, dann freut man sich immer nur mit dem einen Teil, aber den anderen Teil nicht, aber unsere Kinder haben erstmal überhaupt die Möglichkeit beides kennenzulernen, den Winter und den Sommer und ihre Erfahrungen zu machen. Weiterhin ist die Trinkwasserqualität in Deutschland extrem gut, dass wir ein elementares Grundbedürfnis einfach so stillen können indem wir in die Küche gehen und den Hahn aufdrehen. Ich will Euch jetzt nicht mit den armen afrikanischen Kindern kommen, aber in vielen Teilen der Welt auch in westlichen Ländern da kannst Du nicht einfach den Hahn aufmachen und sauberes Trinkwasser raus. Weiterhin die weibliche Emanzipation die mit einer weiblichen Bundeskanzlerin quasi gipfelt ist für mich einer der Gründe wirklich stolz auf unsere Kultur zu sein. Obwohl es wie wir gerade in der Flüchtlingskrise gesehen haben, so viele verblendete und egoistische Menschen auch bei uns natürlich noch gibt, ist der Großteil der Gesellschaft für Gleichberechtigung aller Rassen, aller Geschlechter und Sexualitäten auch ein Zeichen der geistigen Evolution. Gerade wenn ich mir arabische oder afrikanische Staaten anschaue, bin ich sehr 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 froh in Deutschland zu leben. Und da sind wir auch direkt bei der Meinungsfreiheit. Hier in Deutschland kann man wirklich fast alles öffentlich als Meinung raushauen. Sogar total stümpfe Beleidigungen gegenüber anderen Staatsoberhäuptern werden in einer angespannten politischen Situation auch als Satirer akzeptiert. Man kann Theorien wie dass Amerikaner ihre Wirträder selber gesprengt haben, dass die Erde nichts schaden wollen, öffentlich vertreten, und nicht zuletzt kann man sich kritisch mit der Gesellschaft als solche auseinandersetzen und das finde ich richtig gut in Deutschland. Wir haben ein politisches System wo eine Konsensbildung das Ziel ist und nicht die Gesellschaft einer einzelnen Ideologie folgen muss, sowohl eines Menschen oder einer Partei, sondern wir haben eine Konsensbildung. Auch wenn ja nicht immer meine Interessen gewahrt werden und meine Interessen verfolgt werden, aber ich muss einfach akzeptieren dass die Gesellschaft sich langsam bewegt, dass die geistige Evolution nicht von heute auf morgen geht, das geht über Jahrtausende und entsprechend dieser Konsens zeigt einfach dass Menschen sich aufeinander einlassen, dass sie sich anpassen und dass sie fähig sind zu interagieren miteinander. Wir haben ein hochtechnologisiertes Gesundheitssystem, was zudem auch noch offen für Naturheilverfahren ist und man dieses sogar dann in Anspruch nehmen kann wenn man kein Geld erwirtschaftet. Schaut euch mal in anderen Ländern um, bist du krank bist du tot, so ungefähr und damit sind wir beim Sozialsystem, ein System wo man einen bestimmten Grundbetrag behalten kann, der viel mehr als das ist was man eigentlich wirklich braucht zum Leben und man entsprechend objektiv betrachtet im Luxus leben kann, auch wenn man gesundheitlich oder ideologisch nicht in der Lage ist am Arbeitsmarkt zu partizipieren. Und auch die leichte und oberflächliche Seite der Existenz in Deutschland wird bedient. Wenn man bei Sportereignissen für sein Land mitfiebert hat man in Deutschland oft immer gute Chancen oben bei den Siegern mit dabei zu sein. Aber auch die Künstlerszene ist bei uns sehr sehr aktiv, man ist kreativ und trifft sich auch außerhalb der monetär geprägten Szene zum geistigen Austausch und zum kreativen Schaffen. Hier in Deutschland hat zudem auch die künstlerische Freiheit einen hohen Stellenwert und man kann sich gerade in der Kunst wirklich komplett entfalten. Auch innerhalb der sozialen Kontakte wird den Deutschen zu Unrecht immer nachgesagt sei nicht gesellig, aber geht mal abends raus in den Städten. Auch ist statistisch jeder Deutsche in mindestens einem Verein angemeldet, wo er sich eben gemeinsam mit anderen engagiert, meist ehrenamtlich. Und das alles wird dann nur noch von der Sicherheit getoppt. Und das gilt nicht nur für die Deutschen, sondern auch für die Ausländer die im Gegensatz zu anderen Ländern bei uns statistisch viel sicherer leben, obwohl wir eigentlich so fremdenfeindlich sind und Hitler ist ja allgegenwärtig, aber bei uns leben die Ausländer mit am sichersten von allen Ländern. Hier gibt es so viele die immer alles kritisch sehen und Einzelfälle hochstilisieren und meist aus Erfahrungen von eigenem persönlichen Umfeld heraus oder man hat auch einen Medienbericht gesehen und lassen sich manipulieren, aber wir leben hier in einem wahnsinnigen Luxus und in einem richtig tollen und sicheren Land. Nicht dass andere Länder andere und teilweise bessere Sachen zu bieten hätten, aber mit Deutschland per se unzufrieden zu sein, das kann im Endeffekt nur 2 Gründe haben. Erstens eine sehr stark selektive Wahrnehmung und der fehlende Intellekt dies zu erkennen und zweitens eine ganz starke Priorisierung eines bestimmten Aspekts des Lebens wo Deutschland eben nicht so passend ist. Aber darüber reden wir heute nicht, heute einfach mal das Statement es ist toll in Deutschland zu leben und ein unglaubliches Privileg hier aufwachsen zu können. Danke Universum dass ich diese Erfahrung machen durfte und machen darf. Was findet ihr an Deutschland toll? Schreibt mir in die Kommentare was ihr davon haltet, wir sehen uns morgen wieder Euer Christian. Ciao!